travel light orlando bei diesem modell handelt es sich um ein soft shell koffer er ist mit zwei kugelgelagerten und kantengeschützten leicht lauf rollen ausgestattet die arretierbare leicht metall teleskop stange lässt sich bis auf einen meter ausziehen so kannst du den koffer bequem hinter dir herziehen die kapazität umfasst 37 kilogramm zuladung bei einem eingewicht von drei kilogramm das ist zwar vergleichsweise schwer doch glänzt der koffer dafür mit einigen extras wie ein organizer und einen innenliegenden wäschefach du öffnest den deckel mit reißverschlüssen dahinter verbergen sich dokumentenfächer auf der außenseite des deckels finden sie zwei weitere fächer die ebenfalls mit reißverschlüssen versehen sind auf der unterseite befindet sich ein weiterer fest verbauter griff so dass sie den koffer ohne probleme ins handgepäck fach des flugzeugs heben können an den seiten sind schutzbumper gegen erschütterung angebracht